Darf man auf einer Müllhalde beten oder in einem Schlachthof? Barakallahu feikum, Müllhalde zu beten, du weißt nicht, was dort ist. Normalerweise, wenn man weiß, dass dort alles rein ist, ja, okay. Aber Allah, auch Schlachthof, ich meine, Schlachthof hängt davon ab, was dort geschlachtet wird. Schweine? Darfst du nicht? Aber das ist einfach nicht so, aber schnau es dir, die denn ganz schönes Wollah und Heiligung?